So, Halo 4. Nächstes Gameplay. Wir haben hier den Allianz-Karabiner, glaube ich tatsächlich. Bin ich mir jetzt nicht sicher, wie die Waffen heißen. Auf jeden Fall das DMR-Equivalent von der Allianz. Eigentlich mit einer der geilsten Waffen. Feuerratentechnisch, Soundtechnisch, Designtechnisch. Ich liebe die Waffe. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das diese Waffe war, aber wenn man sich in manchen Halo-Teilen, wenn man die nachgeladen hat, wurde sie ein mit voller Wucht in die Fresse geschossen, diese Kugel, glaube ich. Hier ploppt die nur so langsam raus, das sieht so ein bisschen traurig aus, aber das fällt mir gerade so spontan ein. Und ja, diese Map hier finde ich sehr komisch. Ich weiß nicht, ich mag diese Map hier nicht, aber ich habe relativ gut auf dieser Map gespielt, wie man sieht. Schön auch den Dash zur Seite benutzt, um halt auszuweichen oder nah heranzukommen. Das hat ganz gut geklappt und ja, kann ich mich auf jeden Fall nicht drüber aufregen über den Dash. Ist zwar nicht mein Lieblings-Perk, nenne ich es jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher, wie man die Sachen hier nennt, aber... Oder Zusatzfähigkeit, ich weiß es ja nicht gerade. Aber ich habe sehr viel Spaß damit. Und ja, auch mit dem Gewehr. Man kann sehr gut die Map-Kontrolle halten. Mit diesem minimalen Zoom, der auch nicht weggeht, wenn man getroffen wird. Nicht so wie in älteren Halo-Teilen kann man sauber auf Entfernung besser schießen. Da bringt einem selbst die Heilung, die man da platzieren kann, nix. Oh mein Gott, der wollte mich gerade fertig machen. So. Diesmal finde ich irgendwie cool und interessant, muss ich sagen. Aber auch etwas unübersichtlich. Ich hatte ein bisschen Probleme, mich selbst nach längerer Zeit da zurechtzufinden. Und die Sache mit den Mechs habe ich schon mal in einem Halo-Video erklärt. Nur mal kurz so als Upgrade für die Info. Dass mich die Sache da etwas stört mit... Ähm... Dass Mechs eigentlich total useless sind eigentlich, weil ein normaler Panzer... Hat eine kleinere Soluette und könnte theoretisch dadurch mit einem Mechs einfach easy gegen ankommen. Davon gibt es ein... Gibt es ein ganzen YouTube... Gibt es ein YouTube-Video von dem anderen. Ich weiß leider nicht mehr genau wie, was, wo. Wie der heißt. Oder sonst was. Aber ich weiß nur, dass der das mal in einem längeren Video mal besprochen hat. Ein anderer YouTuber. Und... Das ist sehr einleuchtend, warum Mechs eigentlich useless sind. Und... Gut. Bam. Scharfstützen-Gewehr. Immer wieder von mir gerne benutzt. Macht immer wieder Spaß. Auch der Sound einfach. Und das gesamte Design von dem Baby. Das ist so... Das ist so hart-assi, das Gewehr. Das liebe ich. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Lasst doch eine Bewertung da. Ich freue mich auf das nächste Mal. Euer Remskir. Haut rein. Runят. Erstmal bist du immer wieder. Ja... Es geht wieder.